Politik heißt anpacken und genau das will die neue Initiative der Brucker Volkspartei Wir für Bruck. Ihr vordergründiges Ziel ist es, sich um die Anliegen der Bevölkerung zu kümmern, Ansprechpartner für ihre Probleme zu sein. Die Idee ist daraus entstanden, dass wir, gerade wir Gemeinderäte, natürlich viel unterwegs sind und sehr viel von den Bürgern an Anliegen und Anfragen erhalten, auch natürlich Ärgernisse, wo drückt so der Schuh. Bereits 13 Teammitglieder sind aktiv in den jeweiligen Sprengeln unterwegs, um eben zu erfassen, wo bei den Menschen der Schuh drückt. Und es sollen noch mehr werden. Wir haben eben diese Folder, die werden wir jetzt persönlich verteilen, aber auch auf der Homepage der Brucker Volkspartei ist eben das Projekt zu sehen. Man kann sich da direkt gleich bewerben, auch als Teammitglied, aber man kann auch direkt natürlich dort seine Anfragen und Anliegen loswerden. Wir werden sie verlässlich bearbeiten und auch verlässlich eine Rückmeldung geben. Direkt etwas verändern. Die Initiative Wir für Bruck will das möglich machen.